Ahoi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei The Unbeatable Path. Ja, und wir werden uns jetzt hier genau umgucken, dass wir nix übersehen. Denn unser Dämonenkumpel hat uns nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig das ist. Und wir haben es auch, nachdem wir, bevor wir durch diesen Wandschrank gekommen sind, haben wir das auf dem Friedhof auch gemerkt, als ich da die ganze Zeit rumgeirrt bin, weil mir noch ein Hinweis gefehlt hat. Das heißt, wir werden jetzt hier Seite für Seite für Seite von diesem ganzen Blätterstapel... Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ich würde ihn gerne mitnehmen. Kann ich in dem Fall nicht. Wir brauchen keine Knochen mehr. Ich habe übrigens zu Hause in meiner Kommode liegen auch mal so ein paar Knochen rum. Ganz normal. Kann ich nix davon nehmen? Das ist halt ein bisschen doof, weil man nicht so genau weiß, ob man so ein Item erwischt oder die Schublade. Ja, es ist immer die Schublade, glaube ich. Also hier ist irgendwie so ein ultrageheimer, wertvoller Zauber, geschrieben auf altem Pergament. Aber auch den können wir nicht mitnehmen. Okay, wir arbeiten uns hier einfach gegen den Uhrzeigersinn durch dieses Zimmer. Okay, das ist auch irgendein Organgematsche. Eine stylische Robe. Können wir uns doch eigentlich mitnehmen. Ich meine, wir haben halt hier so einen Jeans an und Pulli. Aber wenn man sich durch die Unterwelt bewegt, ist doch so eine stylische Kutte viel besser. So. Hier ist nix. Auch nichts. Eine Million Bücher. Ebenfalls nichts. Ein gemütlich aussehender Sessel. Der ist sogar in der Hölle willkommen. Bisher habe ich hier noch gar nichts gefunden. Oh, können wir hier das Ding zumachen? Nee. So, dann sind wir schon auf der Seite hier. Noch mehr Bücher. Ein Stift. Okay, können wir aber nicht mitnehmen anscheinend. Können wir den nur angucken. Können wir auch diesen Stift angucken. Das ist ein hervorragender Stift. Aha, eine Brille. Müssen wir uns die Gegenstände irgendwie vielleicht merken. Wir haben zwei Stifte und eine runde Nickelbrille. Gott. noch mehr Stift. Noch mehr Stift und noch mehr Pergament. Geht so. Noch mehr Knochen. Ja, was will man auch erwarten, ne? Irgendwie sorgfältig gefaltete Unterwäsche. Wohl eher nicht. In jedem Schubblätchen liegen hier entweder mysteriös Zauber, beschrieben auf blutigem alten Pergament oder Knochen. Boah! Da kommt uns sogar einer entgegen. Bleibt drin. Ich kann doch hier keine Unordnung machen. Wie sieht denn das aus? Wie sieht denn das aus, wenn... Oh nein, jetzt ist er ganz draußen. Ja gut, okay. Ich war es nicht. Hier ist noch so ein Spiegel. Aber ich kann nichts mitnehmen davon. Ein Unterkiefer. Ein Irgendwas-Knochen. Okay. Dann sind wir hier schon am Ende. Hier haben wir halt dieses Buch über Schach. Wir werden uns einfach die Figuren merken. Die kennt man ja eigentlich auch. Der König, die wichtigste Figur neben der Dame. Das Ziel des Spiels ist es, den gegnerischen König zu schlagen oder ihn in die Lage zu bringen, sich nicht mehr anhand der anderen Spielfiguren verteidigen zu können. Ich habe das dumme Gefühl, es kommt eine Partie Schach auf uns zu oder irgendwas, was mit Schach zu tun hat. Aha, wir haben den Turm. Der Turm steht auf der Ecke vom Schachbrett. Erinnert einer Burg. Jeder Spieler beginnt das Spiel mit zwei Türmen. Einen auf jedem der Eckfelder. Genau, das sagte ich gerade. Dann haben wir ein Pferdchen als Springer. Die können immer so in L-Form ziehen. Ihr kennt das ja sowieso. Stellt den Ritter dar. Normalerweise ist es ein Pferd. Jeder Spieler beginnt mit zwei Springern, die in der ersten Reihe zwischen den Türmen und den Läufern aufgestellt werden. Äh, zwischen Türmen und den Läufern. Okay. Und als viertes? Der Läufer. Der Läufer, der kann so schräg ziehen. Auch da fängt man mit zweien an. Steht zwischen dem König. Äh, Moment. Der Läufer beginnt sein Spiel zwischen dem Springer. Achso. Bei dem König und dem König selbst. Der andere zwischen dem Springer, bei der Dame und der Dame selbst. Äh. Äh, Moment. Und der Läufer beginnt sein Spiel zwischen dem Springer, also zwischen Pferd, bei dem König und dem König selbst. Also das heißt, es kommt, äh, König, Läufer, Springer, Turm, oder? Habe ich das jetzt richtig gerafft? Irgendwie müssen wir bestimmt die Reihenfolge wissen. Wette ich drum. Wette ich mit euch jetzt drum, dass wir gleich die Reihenfolge kennen müssen. Zwischen, genau, äh, Pferdchen steht zwischen Türmen und dem Läufer. Ja, müsste so passen, was ich gerade gesagt habe. Hm. Dr. Watson, wir haben diesen Raum fast vollständig akribisch durchsucht. Und nichts weiteres gefunden. Okay, hier liegt irgendein besudeltes Laken. Keine Ahnung, warum das so schmutzig ist. Anscheinend lag hier nur eine Person oder ein Dämon. Ein Nekromant. Oder ein böser Zauberer. Und wir sind im nächsten Raum. Ich glaube, ich mache jetzt ein bisschen schneller. Oh nein. Oh nein, nicht, dass das super schwer wird. Ich kann das aber nicht mal richtig rumdrehen. So, jetzt. Das sieht jetzt schon so schwer aus. Okay, ich merke mir das mal, dass das da liegt. Eine wundervolle Aussicht in die niederhöllischen Alpen. Gibt es hier? Okay. Aha. Aha. Was haben wir hier? Ein Schachbrett. Ah ja. Okay, kann ich die irgendwie... Aber irgendwie kann ich die auch gar nicht benutzen. Okay. Okay, also hier haben wir... Es hat irgendwie das Kryptographie etwas mit dem Schachspiel zu tun. Wir haben hier die Staben. Hier die Talen. Es stehen vier Schachbrettfiguren. Und es gab auch vier Schachbrettfiguren erläutert in dem Schachbuch. Okay, vielleicht sage ich, jetzt ist das gar nicht so schwer. Und gleich würde ich wieder verzweifeln wahrscheinlich. Ah ja. Okay, das ist ja. Ein leerer Zettel. Kann ich die alle mitnehmen? Geil. Trinkt mir das was? Oh, ich kann auch Sachen wegwerfen. Zack, weg damit. Oh, sind sie dann verschwunden oder landen die dann wieder da drinnen? Moment, das muss ich testen. Ich nehme mal die hier. Keine dämonischen Geräusche. Ich bin beschäftigt. Oh, das gehört vielleicht zum Rätsel. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich hier nicht wild irgendwelche Zettel rausfischen. Und hier irgendeinen Kappes machen. Keine Ahnung. Aber ich mache so gerne manchmal Kappes. So, schmeißen wir die wieder zurück. Landet die? Nee, die ist jetzt weg, ne? Oh, oh. Wir haben sie in den Nimbus befördert. Eine karierte Kutte. Ich glaube, das ist ein Bademantel. Okay. Hier haben wir den Arbeitsplatz. Aha. Hier war doch Sherlock Holmes. Ist Sherlock Holmes in der Hölle gelassen? Nein, okay. Die Spekulationen werden jetzt doch zu wild. Okay, es gibt einen Schwangerschaftstest. Ähm. Wapp. Der positiv ist. Oh. Elm Anwesen, März 85. Es gibt einen Rückblick in unsere Geschichte. Aaron, ich muss dir etwas erzählen. Aber bitte, nicht zufrieden. Okay, was ist jetzt passiert, Mia? I'm pregnant again. We're having another baby. Are you kidding me? A baby? A third one? How should we even afford this? Schön, dass er sich so freut. So sick of this whole shit. Where are you going? Alter, der ist nur sauer die ganze Zeit, oder? Bisher wissen wir immer noch nicht, ob wir was gemacht haben. Außer vielleicht vergessen, die Pille zu nehmen. Ist aber nicht so eine geile Reaktion, wenn man sowas sagt. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Oh, das ist disgusting. Damit habe ich nicht gerechnet. Der Raum ist so ruhig die ganze Zeit. Ich war hier voll in meine, in meine Forschung vertieft. Disgusting. Ja, es ist echt ein bisschen disgusting. Warum hat man denn so ein Kram in seinen Schrank gestopft? Mach mal wieder zu. Ist ja ekelhaft. Wenn ich es richtig gedreht kriege, ist es. Paare sind der Schlüssel zum Erfolg. Das Ergebnis aus Kapitel 1 wird nun wieder entschlüsselt. Ah, okay. Teile das verschlüsselte Passwort in so viele Paare auf wie möglich. Öffne deinen Verstand und betrachte jedes Paar auf eine andere Weise. Schreibe das entschlüsselte Kennwort nieder und nutze es zu deinen Zwecken. Häkkie weh. Oh, ich hoffe, da kommen wir hin. Okay, gut. Da kriegen wir auf jeden Fall dann Hilfe für das weitere Vorgehen. Okay. Das heißt, zwei Teile, mehr oder weniger. Hier ist bestimmt überall nichts drin. Ich kriege den Schrank auch leider gar nicht drauf oder er ist verschlossen. Das weiß ich nicht. Höhö. Boah, ich dachte gerade, ich höre hier irgendwelche Schritte hinter mir. Was soll denn das? Juhu, noch mehr Organe. Erst haben wir Knochen gebraucht und jetzt liegen hier Knochen in Hülle und Fülle. Okay, mit dem Kram können wir auch nichts anfangen. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwas Sinnvolles gibt. Der, der hier gewohnt hat, war voll der Nerd. So. Das war klar. Okay, das heißt, wir kommen hier nicht weiter. Und wir müssen jetzt das Kryptografie-Rätsel angehen. So. Es ist total schade, dass man sich damit nicht bewegen kann oder das nicht irgendwie mitnehmen kann. Wie soll ich mir denn das merken? Wir gucken uns mal. Ich habe schon eine Vermutung. Also, die Schachbrettfiguren stehen ja auf dem Schachbrett. Beim Schachbrett sind auch so eine Ziffern und Zahlen. Das heißt, vielleicht können wir dafür jede Schachfigur eine bestimmte Position ermitteln. Ich glaube, ich brauche was zum Schreiben bestimmt. Und weiter denken wir erstmal nicht. Ganz einfach. Und von der Reihenfolge her beim Schach war es halt König. Nee. Springer. Läufer, Turm. Ich glaube, das war richtig. So. So. Moment. Dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Also, wir haben den König zum Beispiel auf was ist das da? G 7, ne? G7. So schreibe ich mal auf König gleich G7. Okay. Dann haben wir den Springer. Das hier ist eigentlich auch die Dame, oder? Äh, nee. Moment, halt. Ich vergewissere mich nochmal nicht, dass wir was falsch machen. Oh boy. Okay. This jumpscare got me. Oh, Lee. Zum Glück hatte ich gerade nicht die Kaffeetasse in der Hand. Ich glaube, die hätte ich gerade so durch den Raum geschmissen. Okay. Okay, also der König ist der, ach, das soll der Turm dann sein. Der war irgendwie so groß. Ich habe Türme so klein in Erinnerung. Also, König ist der Kleine mit der Krone, so. Oder der Große mit der Krone. dieses Krabbelfieh, Ist das das Gleiche, was wir auch in dem, ähm, in dem Tunnel da hatten? Wenn ja, dann bin ich echt schlecht, auf das Vieh zu sprechen. Also, das hier ist nämlich der Turm. So, und das hier ist der König, Mensch. Da ist das kleine Krönchen. So, also König ist, ähm, E1, nicht G7. D7 ist dann der Turm. So, und dann haben wir noch das kleine Pferdeli. Das steht auf der D5. Oh nein, mein Stift wird aufzuschreiben. Okay, an den Läufer. Das Schachbrett ist hier so ein bisschen verrückt, ne? A, B, C, D, E, F, auf H4. Okay. Hätte ich dieses olle Schwert nicht mitnehmen können aus dem ersten Teil, dann könnte ich dem Vieh wenigstens eine überbraten. Aber man ist ja immer so hilflos in so Horrorspielen. Moment, ich hab's gleich, so. Ist so, jetzt hab ich's. Okay, also, König wäre B1. das heißt, Moment. Das Dumme ist, ist, dass da oben dann die 1, also in der oberrechten, oben auf Seite 2, ganz oben links, ist das dann die 1? Ich bin noch so ein bisschen, also G7. Ich hab irgendwie gedacht, dass man das so in Reihen so, wenn wir jetzt nochmal da reingehen, kommt dann nochmal das Krabbelvieh. Wir gucken mal ganz vorsichtig rein, aber ich wette nicht. Ne. Brrrr. Hier steht ja auch noch 1, 2, 3, 4, ob die Zahlen auch noch irgendwas zu bedeuten haben. Müsste eigentlich schon fast, weil es macht keinen Sinn, dass der Turm die Ziffer 2 hat, weil der ja eigentlich ganz außen steht. Springer ist 3 und Läufer ist 4. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Zahlen gesammelt. Der Stein hier sah komisch aus. Ich hab wieder Angst, dass ich wieder irgendwas versehe, äh, übersehe. Aber eigentlich haben wir uns doch hier jetzt auch schon sehr gut umgeguckt, oder? Meine ich. Meine ich zumindest. Ah, okay. Sie sagt das sogar. Ah, schaut mal. Haben wir doch noch was übersehen. Es gibt immer irgendwas. Finde den Code für das Schreibtischschloss. Ja, das könnte ja zum Beispiel die 1, 3, 4, 2 sein, ne? Probieren wir mal. Das wäre von den Schachtdingern. 1, 3, 3, 4, 2. Äh, äh, das war's nicht. Das war vielleicht zu leicht. Ach so. Ach nein, ich hab's mir zu leicht gemacht. Es ist wahrscheinlich, es ist, ähm, Moment. Ach so. Nee, wäre ja schon richtig gewesen. König, Springer, Läufer, Turm. Wäre 1, 3, 4, 2. Vielleicht hat's damit aber auch nichts zu tun, aber es sind halt auch vier Zahlen, ne? Wie viel? Ja, wir sind aber noch zumindest bei mehr richtigen als falschen Entscheidungen. Verlorene Kamerpunkte 7. Mal gucken, wo der Weg uns hinführt. Ich hab ja schon ein bisschen Angst, weil, äh, der Weg überhaupt schon unbeatable pass heißt, äh, dass man ihn gar nicht schaffen kann oder so vielleicht. So, hier hätten wir auch noch die Kombination. Wir gucken mal für den König, das wäre B1. Ist da noch was drin? Nee, okay, also B1 hat jetzt auch nicht wirklich was gebracht. B5 Oder ist das hier wieder irgendwie verrutscht und das ist nicht richtig, weil eigentlich ist das ja die erste Reihe, ne? Ja. Ah, Zettel mit einer Nummer. Check. Äh, oh, ich sollte gucken, was was ist. Moment, bei B1. Ähm, das kann weg. Zettel mit einer Nummer drauf. Ah, zum Glück steht dabei, dass wir den in B5 gefunden haben. Das ist nice. Das hier wird die Schreibtischkombination sein, denke ich mal. Ein kleiner Tettel, auf dem die Nummer 6 geschrieben wurde. Also B5 ist gleich 6. Ähm, Nummer 1 ist B1. Das wird die Kombi sein. So, dann haben wir noch H4. A4 und G5. A4 und G. G7. Das ist doch G7. Das ist doch G7. Da sollte was drin liegen. Das ist seltsam. Warum ist da nichts? Jetzt habe ich jedes Mal Angst beim Umdrehen, dass dieses Viech da ist, ne? Ähm, G7 war der Turm. oder haben wir, na, das ist nicht G, das ist, weil das hier verschoben ist. Das ist F. Ja. Das ist F7. Aber den haben wir auch schon, gell? Ne, haben wir nicht. Der da. Da ist auch das Ding. So. Okay, gucken wir. So, das ist B5. B1 kann weg. 0 liegt bei H4. So, und was haben wir noch? Äh, Moment. Dann haben wir, der kann weg. Und der kann weg. Der kann weg. Und wir haben die 9 für F7. Okay. Check. Ist auf der anderen Seite auch so ein Schloss? Ne. Ist da drunter auch irgendein? Oh Mann! Diese Schritte auf diesem Teppich, die höre ich dann immer irgendwie doppelt. Und ich bin jetzt schon voll angespannt wegen diesem Krabbelvieh. 1-6-0-9. Bestätigen wir? Nein, das kann doch nicht sein. Warum war das denn eine schlechte Entscheidung? 1-6-0-9. Ah, so ein Scheiß. Beide Kaberpunkte. Echt? 1-6-0-9. Ach so. Dann wäre das, oh Mann, das ist aber schon, ne? Das ist schon. Ich habe noch eine Idee. 1-9-6-0. 1-9-6-0. Oh, oh. Unser Kama. 1-9-6. Bitte. Yes. Okay, also man musste halt einfach noch die Schachfiguren, die Schachfiguren, die hatten ja sozusagen Nummern, also König 1, Springer 3 aus dem Buch drüben und man musste dann sozusagen die 1-6-0-9, die wir gerade hatten von den Zetteln musste man halt dann nochmal in die 1-2-3-4-Reihenfolge von dem Ding setzen. Okay. Wir haben ein lila Licht. Kryptografie 1-16-5-18-9-15 Ich schreib mir das mal Gerade auf mit einem anderen Stift, weil man da nicht mehr funzt. So, 18, 9, 15. Ja, dann checken wir jetzt mal das Kryptografiebuch 2. Irgendwas musste man hier ja machen, ne? So, also. So, Paare sind der Schlüssel zum Erfolg. Das Ergebnis aus Kapitel 1 wird nun wieder entschlüsselt. Oh, mein armes Gehirn. Teile das verschlüsselte Passwort in so viele Paare auf wie möglich. Und dann den Verstand öffnen. Oh je. Ich glaube, mein Verstand sollte lieber geschlossen bleiben. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay, also, was haben wir denn? Ich bin schon völlig fertig. Also, wir haben sechs Nummern und daraus müssen wir drei Paare machen. Okay. Gerade stehe ich noch so ein bisschen auf dem Schlauch. Also, als das Ergebnis wird nun wieder entschlüsselt. Als Ergebnis hatten wir ja 1, 9, 6, 0. Oh, der Stift streibt auch so kacke. Ich habe hier noch einen dritten. Der ist rosa, der passt zu der tollen Tür. Gucken wir mal, ob der geht. Ja, der geht. So, also, als Ergebnis hatten wir 1, 9, 6, 0. Teile das verschlüsselte Passwort in so viele Paare auf wie möglich. Äh. Haben wir bisher überhaupt das Krypto 1 hier gebraucht? Haben wir das hier, also, Moment, 1, 9, 6, 0. Hatten wir das hier überhaupt jetzt benötigt? Eigentlich ja nicht so wirklich, ne? Wir hatten ja... Es sei denn, wir sagen jetzt, dass... Es ist aber schwierig. Also, B1 könnte ja rein theoretisch hiernach auch 2 sein. Aber es macht keinen Sinn. 5 von 3... Das sind... Also, der erste... Die erste Verbindung war irgendwie leichter. Aber wir können ja auch erst mal hier... Das sollte ich sowieso vielleicht mal machen, überhaupt in den Schreibtisch reingucken, den wir aufgemacht haben, ne? Ich nappel. Was ist denn das hier cooles? Eine hölzerne Box. Warum mache ich den Schreibtisch auf und gucke da nicht rein? Choose the path by yourself. Ja, wir nehmen die nicht in den Himmel, ne? Oder wieder... zur Welt der Lebenden. Okay, ich glaube, das hier bringt nichts mehr. Ich glaube, es ging... um die hölzerne Box. 1, 16, 5, 18, 9, 15... Hier können wir... Wir schmeißen hier erstmal die Box rein. Okay, finde den Code für das Schreibtischloss, öffne die hölzerne Box. Ah, okay, also hier haben wir jetzt Code Nummer 2 und das sind alles Buchstaben. Okay, das heißt... Ich hab doch... Ach, scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte ja einfach nur wieder raus, Tab verlassen. Mensch, scheiße. Ah, nein, das war jetzt völlig überflüssig. Ah, das war völlig überflüssig jetzt. Ein Versuch ist weg. 13 Punkte haben wir... Wir müssen uns mehr anstrengen. Ich wollte gerade einfach nur da raus bei der Holzbox und hab dann aus Versehen statt Tab dann linke Maustaste gedrückt, weil ich nebenbei ein bisschen gequatscht hab. So ein Sheet. Hm, okay, also wir müssen aus den Zahlen irgendwie Buchstaben machen. Hm. Wie viel brauchen wir denn? Eins, zwei, drei, vier... Also wir brauchen sechs. Wir brauchen sechs Buchstaben. Hier stehen auch sechs Ziffern. Aber... Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wie ich damit arbeiten soll irgendwie. Oh, hier ist eine coole Taschen. Oh, die würde ich gerne mitnehmen. So, also man muss Paare bilden. Das Ergebnis aus Kapitel 1 wird nun wieder entschlüsselt. Hier oben sind ja auch sechs Zahlen. Aber das Problem, was ich hab in meinem Kopf ist so, dass das Ergebnis aus dem Kapitel 1... Naja, nee, Moment. Wache, sind der Schlüssel zum Erfolg. Vielleicht geht's gar nicht um das Ergebnis von der ersten Runde. Sondern... Nee, es geht wahrscheinlich nur hier rum. Wahrscheinlich brauchen wir das Ergebnis dieser 1,6,0... Äh, 1,9,6,0 brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Wir müssen jetzt das hier irgendwie lösen. Und das Ergebnis von dem hier brauchen wir dann für das zweite Buch. Ja, und so weiter, ne? Jetzt ist nur die Frage... 1,6,0,5,8,0,9,5,0... Ich verstehe einfach nicht, wofür wir das Buch da brauchen. Vielleicht um daraus Zahlen zu machen. Wir schauen da noch mal ganz kurz rein. Wir hätten ja... Wei, jei, jei, jei. Also nehmen wir... Wir hätten ja... Über dem Schloss hätten wir ja sechs Zahlen. Wir hätten zum Beispiel... Das Problem ist, dass ich nicht wirklich weiß, ob das ein 1 oder eine I ist. Also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, dass dieser Code bei der Tür... Wenn wir da die Zahl 1 haben... Dass hier die 1, also die Zahl auf der zweiten Seite hier im Buch ganz links oben, dem A entsprechen würde. Und dann hätten wir die 16, die ist da auf der zweiten Seite, zweite Reihe, wäre dann B. Dann hätten wir die... Noch eine zweite, 16 gibt es halt auch nicht, ne? Oder? Dann hätten wir die 5, die ist auf der ersten Seite dritte Zeile. Das wäre dann auch C, das ist ja langweilig. Das kommt mir so falsch vor, einfach weil das alles in der richtigen Reihenfolge ist irgendwie. Das kann doch auch nicht sein. Die 18... Ja, zweite Seite wäre dann D. Die 9... Ähm... Wo ist die 9? Wäre B. Zweite Seite, zweite Zeile. 9 wäre B. Und 15 wäre die... Äh... Da, die A. Äh, die A. Ähm... Ja, okay. Gut. Soweit, so gut. Und dann... Angst vor Krabbelvieh. Gehen wir wieder zu Punkt 2. ... Man soll das in so viele Paare aufteilen, wie möglich. Ich betrachte jedes Paar auf eine andere Weise. Ich mache das jetzt einfach mal so. Also wir hätten dann... Ach so. Oder nicht? Moment. Ach genau. So, das heißt, da hätten wir BA, da hätten wir DC und hier hätten wir AB und dann öffnen wir unseren Verstand und machen alles von rechts nach links. Und betrachte jedes Paar auf eine andere Weise. Das ist jetzt ein bisschen schwer. Das oben ging ja noch. Die werden dann sozusagen geswitcht. Also wir haben die erste Reihe. Die erste Reihe, da switchen wir die einzelnen Buchstaben. Aber wenn wir das dann wieder von rechts nach links lesen, dann switchen die sich ja quasi wieder zurück. Es sei denn, wir fangen mit der kompletten Seite, mit der kompletten Zeile von rechts nach links an. Dann wäre aber die Frage, ja, ich denke mal, es wäre dann AB, DC, BA. so, wir haben das Ergebnis. Entweder ist es so, wir probieren es mal aus. Ja, wir probieren es mal aus. Ich habe ja nur eine begrenzte Anzahl an Karma-Punkten, von denen ich gerade auch noch was verschenkt habe. Oh, es kann nicht sein, ne? Hier gibt es nämlich schon kein B. Scheiße. Abwärtsrollen. Das ist schlecht. Das heißt, das kann schon gar nicht stimmen. Irgendwas fehlt noch. Mist. Okay. Tab verlassen. Nicht nochmal Punkte verschenken. Shit, Irgendwas fehlt noch. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Mist, ich dachte schon, ich habe es gerade, ne? Und das wird hier so leicht fluffig und wir können dann weitermachen. Ah, shit, was ist es, ne? Da unten wäre halt auch noch mal eine 1, oder? Hm. Ach, oder es kann auch sein, dass das ein I ist. Das Problem ist, ich habe echt das Problem, also ich kann schwer zwischen I und 1 unterscheiden. Das ist richtig mistig. Ich weiß nicht, ob auf der zweiten Seite ganz oben links, ob das ein I oder eine 1 ist. Und auf der ersten Seite, vorletzte Zeile, da ist ja auch nochmal ein I oder eine 1. Oder gibt es irgendwo eine normale 1? Ah, warum muss die so doof römisch aussehen? Weil bei der 31 zum Beispiel, da ist ja auch die 1 so. da oben bei W, H, da, das ist, glaube ich, ein I. Das hätten sie einfacher machen können. Wenn das der Fall wäre, hm, dann hätten wir da einfach nur, aber es gibt auch 2, 2, nein, irgendwas stimmt nicht. Scheiße. Mist, irgendwas stimmt noch nicht. So, ihr Lieben, ich mache mir Gedanken darüber, wie das hier funktioniert. Und wenn ich einen halbwegs vernünftigen Ansatz habe, wie das hier zu lösen ist, dann schalte ich wieder rein, dann nehme ich weiter auf. Und dann gucken wir einfach, ob das richtig ist oder falsch ist. Und zur Not mache ich einen Zusammenschnitt aus, dann sozusagen aus den Versuchen, die wir machen. Hallo? Kann ich mit dir irgendwas anfangen? Nein. Leider nicht. Die Gegenstände helfen mir nicht wirklich weiter. Ich könnte hier nochmal gucken. Nee, aber ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, das hier gehörte zum ersten Teil und damit sind wir quasi durch. Okay, ihr Lieben, so, es gibt eine Pause und dann wird es beim nächsten Mal wird es weitergegruselt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann. Jo, haut rein und macht's gut. Tschüss.